Wir haben eigentlich nur so vier Sachen, die ich heute sagen will. Und das sind diese vier. Klimaschutz scheitert am Wachstumsdogma. Wir brauchen einen Stromprunk der wirtschafts- und eine wirtschaftsorientierte Wirtschaftspreise. Hier gibt es jetzt schon Ansätze und wir können alle auf verschiedenen Ebenen dazu beitragen. Fangen wir mit dem ersten an. Und da mache ich mal ganz gerne so eine Bestandsaufnahme. So ein kleines Quiz. Die erste Frage ist, wie hoch sind die deutschen Treibhausgasemissionen im europäischen Vergleich? Ich sag mal die Antworten und dann können Sie die Hände heben, falls Sie meinen, das stimmt. Im Mittelfeld sind das die absoluten Emissionen. Am höchsten, im hinteren Drittel, ich merke schon, ich bin an der Uni. Das sind die Zahlen von 2016 und da sieht man hier ganz rechts, Deutschland ist mit Abstand der größte Emittent in Europa. Fast doppelt so viel wie der zweite, und das ist England. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage. Sehr unfair, in Deutschland leben ja auch viele Menschen. Deswegen ist die zweite Frage. Wie hoch sind die Treibhausgasemissionen pro Einwohner in Deutschland im europäischen Vergleich? Im Mittelfeld eher höher oder eher niedriger? Wow, okay. Da sind wir tatsächlich eher höher. Wir sind so auf Platz 8 im Moment. Hier ist der europäische Durchschnitt mit 8 oder 9 Tonnen. Und hier ist ganz am Rand Luxemburg. Weiß jemand, warum Luxemburg so hohe Emissionen pro Kopf? Ja. Erstens, weil es ein Durchfahrtsland ist, für die gesamten Transittbüter. Und zweitens, naja, wenn man Luxemburger Fluthafen umgestiegen ist, weiß es. Es ist einer der größten Europas. Ja. Und jetzt hat man natürlich höchstiger Einwohner, wenn sie da sind. Ja. Und sehr geringe Mineralumsteuer. Es gibt Tanktourismus. Das ist halt das Problem, was man sich dann emissionsseitig damit eindenkt. Was ich auch noch einschieben will, natürlich sind die Unterschiede innerhalb eines Landes, also die Unterschiede innerhalb eines Landes größer als zwischen den Ländern. Aber trotzdem ist es sehr interessant zu sehen. Und letzte Frage. Um wie viel hat Deutschland seine Emissionen seit 1990 gesenkt in Prozent? Gar nicht. Um circa 50 Prozent. Um circa 30 Prozent. Genau, es sind ungefähr 30 Prozent. Wir haben hier von 1990 bis 2009 einen relativ klaren Trend, einen Abwärtstrend, würde ich sagen. Zum Teil ist es natürlich Abdeckung der Wirtschaft im Osten. Wir haben 2009 die Wirtschaftskrise. Und seitdem ist es so mehr ändert. Und in anderen Tagen ist kein richtiger Trend mehr zu erkennen. Und dann ist letztes Jahr das hier passiert. Also von 2017 ab 2018. Da hatten wir, das ist für meine Erzählung total schlecht, weil ich eigentlich immer sagen will, das passiert nicht so mehr. Für die Welt ist es natürlich ganz gut. Aber was da passiert, das Umweltbundesamt sagt, es gibt mehrere Gründe. Einer ist, dass der Sommer so warm war, dass die Flüsse wenig Wasser getragen haben, sodass der Transport von Kohle und Öl auf den Flüssen in Deutschland teuer war und die Preise hochgegangen sind, die Leute weniger Heizöl gekauft haben und die Kraftwerke weniger Kohle gekauft haben. Und das ist ein Grund. Dann gab es was im Winter. Und dann haben wir auch noch einen Preis beim Emissionshandel. Mal wieder seit vielen Jahren. Ja, trotzdem sind wir noch weit entfernt von unseren Zielen. Das sind die Ziele, die sich Deutschland selber gesetzt hat. Das ist das 40% Ziel im Jahr 2020. Das ist 55% Ziel im Jahr 2030. 70% Ziel im Jahr 2040. Und 80-90% im Jahr 2040. Das ist das absolute Minimum von dem, was Deutschland leisten müsste. Wahrscheinlich müsste es eigentlich eher mehr leisten, um einen ungerechten Beitrag zu leisten. Und wenn man hier sieht, was passiert ist in den letzten 30 Jahren, von 1990 bis 2020, sind es 30%. Und wenn es so weitergeht, habe ich sehr große Zweifel, dass es in den nächsten 30 Jahren dann nochmal 60% runtergeht. Zumal die Ökonomen auch sagen würden, die nächsten 60% sind bestimmt nicht billiger als die ersten 30%. Ja, deswegen kommen wir jetzt zu den deutschen Klimaschutzstrategien und ihrem Scheitern. Eigentlich ist es auch nicht so, wie deutsch sind eigentlich die Klimaschutzstrategien von allen Industrieländern, würde ich sagen. Jetzt wird es ein bisschen mathematisch. Das ist so eine Gleichung. Also wenn die Leute herausfinden wollen, wie hoch sind die deutschen Emissionen. Da gibt es ein ganzes Fachgebiet. Und die gehen dann nicht auf die Schornsteine hoch und messen, wie viel CO2 da rauskommt. Sondern die schauen sich an, wie viel wird produziert und haben Emissionsfaktoren pro Produkt, das produziert wird oder pro Dienstleistung. Und das ist deren große Gleichung. Emissionen ist gleich Aktivität mal Emissionsfaktoren. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen umdenkt, kann man auch sagen, so die Aktivität, also die Summe der Dienstleistungen und Produkte ist ungefähr gleichbedeutend mit unserem Bruttoinlandsprodukt. Und dann kann man die gleich auch so schreiben, kann man sagen, die Emissionen in Deutschland, die setzt jetzt zusammen aus dem Bruttoinlandsprodukt und den Emissionen pro Bruttoinlandsprodukt. Und daran kann man jetzt ganz gut klar machen, was die Strategien sind. Das eine ist halt Effizienz. Zu sagen, wir wollen genauso viel erwirtschaften, aber wir wollen dafür weniger Energie brauchen. Oder wir wollen genauso viel Energie brauchen, aber wir wollen weniger Emissionen pro Energie. Das ist dann die Effizienz und das nennt man dann wissenschaftlich Konsistenz oder man kann einfach sagen, der Energiemix. Und das sind die beiden Strategien, die verfolgt werden. Ich fange mal an mit der Effizienz, warum das nicht funktioniert. Hier sieht man eine Grafik, das ist der Endenergieverbrauch in Deutschland. Der ist quasi jetzt die große Vogelsicht auf die Energieversorgung in Deutschland. Und man sieht, das ist aber pro Bruttoinlandsprodukt. Also wie viel Energie brauche ich um einen Euro zu erwirtschaften. Und das ist kontinuierlich runtergegangen seit 1990. Gleichzeitig ist aber der Endenergieverbrauch im Vergleich zu 1990 nicht runtergegangen. Also es ist eine relativ waagerechte Linie und da ist jetzt nicht so ein richtiger Trend. Und der Grund dafür ist natürlich, dass das Bruttoinlandsprodukt gleichzeitig gewachsen ist. Und das gleicht das halt aus. Also die Wirtschaft, komme ich jetzt, ist mein Fazit auch schon, die Wirtschaft, alles wird effizienter. Die Wirtschaft ist immer effizienter, aber der Energieverbrauch wird nicht geringer in Deutschland, weil die Wirtschaft wächst. Oder in dieser Formel kann man sagen, dieser Teil sinkt, der Energieverbrauch pro Bruttoinlandsprodukt aber das Bruttoinlandsprodukt steigt und in Summe ist das dann jetzt relativ konstant. Also der erste Teil. Jetzt kommen wir zum Energiemix. Und hier, das ist eine schöne Grafik, ich rede da gerne über Strom, weil ich da am besten auskenne und es auch ganz anschaulich ist, das ist die Bruttostromerzeugung in Deutschland. Und da kann man einiges dran sehen. Also einmal sieht man natürlich hier schön, wie die erneuerbaren Energien hier immer mehr Stromerzeugung übernehmen. Dann sehen wir auch, wie die Atomkraft ausläuft. Wir sehen, dass Steinkohle in den letzten Jahren ein bisschen runtergegangen ist und wir sehen, dass Braunkohle hier eigentlich relativ konstant drauf fliegt und nicht weniger wird. Und was wir auch sehen, ist, dass der Stromverbrauch gestiegen ist. Jetzt schauen wir nicht, dass der Stromverbrauch, die Stromerzeugung ist gestiegen. Und das sollte verwundern, denn der Verbrauch ist nicht gestiegen. Hier sieht man mal die beiden Kurven. Das Rote ist der Verbrauch in Deutschland und das Blaue ist die Erzeugung. Wir sehen, dass die immer weiter auseinander gehen. Was passiert da? Deutschland exportiert immer mehr Strom. Und 2018 waren das 67 Terawattstunden oder 10% der Stromerzeugung oder 70 Millionen Tonnen CO2 oder 8% der deutschen Treibhausgasemissionen. Aber jetzt, wenn Leute sagen, ohne die Atomkraft gehen die Lichter aus, würde ich sagen, nein, also einige Kraftwerke können wir einfach die Netz abschalten, um das Lichter ausgehen. Jetzt bedarf es auch mit Fazit die Erneuerbare-Energie und produziert immer mehr Strom. Aber die Kohle geht nicht vom Netz, sondern produziert weiter und exportiert. Und der Strom bleibt frechig. Und dann in dieser Grafik ist dann klar, dieser Faktor ist auch konstant und ist das Ganze alles konstant. Wenn man mal schaut, was die dazugehörige Klimapolitik ist, das war jetzt quasi eine Option. Eine meiner Aufgaben damals, es gibt eigentlich immer wieder so Vorschlüsse aus einem Guss, wird dann immer gesagt. Und meistens gab es 2007 das integrierte Energie- und Klimapaket, 2010 das Energiekonzept, 2014 das Aktionsprogramm Klimaschutz, 2016 den Klimaschutzplan 2050 und 2019 gibt es das Klimaschutzprogramm. Auch schon, irgendwann gibt es den Namen auch aus. Und das Thema ist eigentlich immer so, dass das Umweltministerium sagt, jetzt machen wir mal richtig was und wir gucken alle Sektoren an und wir machen richtig gute Instrumente da rein und Maßnahmen. Und dann geht es in die anderen Ministerien, vor allem natürlich Verkehrsministerium, Finanzministerium, Wirtschaftsministerium und dann geht es auch noch in die Fraktionen. Und am Ende kommt halt was raus, was sich immer auf technische Maßnahmen beschränkt. Einen starken Fokus auf Förderung, kaum Verbote, Steuern oder Abgaben, hohe Industriefreundlichkeit und so eine Vorfahrt für Wachstum und Arbeit. Und unsere Aufgabe war es dann oft auszurechnen, wie viel bringt das denn jetzt noch in Millionen Tonnen. Und dann kam am Ende meistens raus, ja nicht mehr viel, wenn überhaupt. Ja und was ich noch dazu sagen wollte, zu der Gleichung ist natürlich, dass das eine Problem, wenn jedes Bruttoinlandsprodukt steigt, ist, dass einfach diese Gleichung höher wird. Das andere Problem ist aber auch, dass wir in Deutschland, oder in den meisten Ministerien, eine Fixierung haben auf dieses Wirtschaftswachstum als Ziel. Und diesem Ziel werden andere Sachen untergeordnet, unter anderem auch die Effizienzpolitik. Also es gibt zum Beispiel die CO2-Strategie bei Pkw, die wird eigentlich schon seit Jahrzehnten jetzt schon von Deutschland und Frankreich torpediert. Dass da keine stärkeren Standards kommen, weil Deutschland eben seine Automobilindustrie schützt. Und auch, dass die Frauenkohlekopfwerke weiterlaufen und es da so wenig passiert und so wenig durchprobiert. Das ist auch der Faktor Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze, die da befürchtet werden. Ja, das war's mein erster Punkt. Geht's noch Fragen zum Punkt, Klimaschutz scheitert an Wachstumstoppen? Ja, da hinten. Wohin exportiert Deutschland die Überschützungen, wo wir in den Erzeugten? In den Napanländern? Ich glaube vor allem in den Osten. Aber ich finde es gar nicht mehr. Du meinst, dass das Bruttoinlandspolitik steigt, jetzt mal gesehen, auf dem Kopf gerechnet, in den Deutschen. Ich weiß jetzt, ich glaube, dass das Bruttoinlandspolitik in der Wirtschaftswissenschaft war. Wie sieht's da eigentlich mit der Gesellschaftswissenschaft aus? Der Bruttoinlandspolitik? Ja. Du meintest das Wirtschaftswissenschaft, das Bruttoinlandspolitik. Ja. Jetzt möchte ich das aber auf dem Bruttoinlandspolitik mal runtergerechnet haben. Weil wir von 1990, wo wir knapp 70 Millionen Gesamtdeutsche waren. Sowohl DDR als auch BRD. Und jetzt sind wir bald irgendwo 86 angekommen. Also mir fehlt da die Redaktion ein kleines bisschen. Die Gesamtheit steigt da, aber wir hatten auch einen großen Ansturm an neun Menschen. Bis zum Beispiel an so einen Zweifelag, bis zum Teil uns. Ja. Bin ich ja sicher, ob das normiert ist quasi oder nicht. Ich würde mir jedenfalls sagen, das ist ja dem Klima auch so ein bisschen egal. Und in letzter Zeit ist ja die Bevölkerung nicht mehr gestiegen in Deutschland. Also das ist ja ein Effekt. 1990, 1992 vielleicht. Da war auch was. Ja, für Kohle ist ja alles richtig, sozusagen gestand heute. Aber für die Zukunft sind doch die Sender, das Grund wurde bergauf geschlossen. Und das Ende wurde dann auch geschlossen. Also stimmt es ja für die Zukunft nicht mehr. Ja, also da könnte man jetzt viel zu sagen. Ich würde sagen, es gibt diese Pläne. Die werden dafür sorgen vielleicht, dass wir irgendwann mal aus der Kohle ganz lang noch aussteigen. Und ich nehme auch an, dass die Kohlebetriebe alle noch einen goldenen Anschlag bekommen. Also irgendwie dafür entlohnt werden, dass sie besser aussteigen wie bei der Stromenergie. Und es reicht aber längst nicht, um diese Klimaschutzziele zu erreichen. Da hinten war ein Problem. Ja, die Zahlen für die Bevölkerung, also es sind etwa 80 Millionen Menschen in Deutschland. Das waren 1990, im Westen etwa 60. Und es kamen 17 Millionen aus der DDR dazu. Das waren nicht mal 80 Millionen für die 90ern. Die Prognosen waren damals, dass die Bevölkerungssache eher siebt. Und tatsächlich war das auch ganz lang und so. Und dann haben eine Million Menschen etwa dazugekommen. Also das ist nicht in der Größe, sondern es sind keine 86 Millionen. Es sind 81 Millionen. Oh, ich bin sorry. Ach ja. Nicht 86. Ich sage nicht. Okay. Und noch eine Frage zu dem Stromexport. Also ich habe jetzt gehört von der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, das war im Oktober 2019, dass relativ aktuell Deutschland da ziemlich ausgeglichen produziert und konsumiert, aber es war langjährig so, dass Deutschland mehr Strom produzierte als sie brauchten. Aber es scheint es akut oder ganz aktuell eine Veränderung gegeben zu haben, dass momentan die Bilanz ziemlich ausgegeben wurde. Ja. Ich kann euch drücken, wo waren die Zahlen waren? Ja, zehn Prozent Überschuldung. Ja, das ist 28. Also die sind davon 2018. Ja. Neue Zahlen habe ich noch nicht. Aber es ist schon so, dass tatsächlich aus wirtschaftlichen Gründen die Kraftwerke zum Teil nicht gelaufen sind, oder weniger gelaufen sind. Aber das war eigentlich 2018 auch schon so. Also da kenne ich keine aktuellen Zahlen zu, was da passiert. Ja. Es ist auch so tatsächlich, dass Deutschland gleichzeitig Strom importiert und exportiert, weil es aus verschiedenen Richtungen kommt und in verschiedenen Orten gekauft wird. Ja. Ja, aber es gibt dann zum Beispiel Emissionsfaktor für die Produktion von einer Tonne Stahl oder sowas. Und dann guckt man halt, wie viel Stahl wir bekommen. Das ist eine Möglichkeit. Oder man kann auch sagen, wir gucken, wie viele fossile Rohstoffe in die Fabrik reingehen. Und dann kann man das eigentlich auch relativ leicht ausrechnen. Aber normalerweise gibt es für jede Branche so Faktoren für das, was sie produzieren. Also Papier oder Chemie oder so. Und dann sagen die halt, wir haben so und so viel Natonlauber hergestellt und dann kann man das ausrechnen. Das ist auch sowas, wo die Branchen quasi die Daten liefern müssen, weil es da keine richtige Verpflichtung gibt. Ja, ja. Wer macht das? Das gibt es nicht die Wünsche? Ne, das macht ein Fachgebiet im Bundesamt. Das sind so 10 Leute oder sowas, die eigentlich nichts anderes machen. Okay, dann will ich mal weitermachen, die werden wir nachher auch noch Zeit. Okay. Der zweite Punkt ist jetzt, wir brauchen eine Schrumpfung der Wirtschaft, eine bedürfnisorientierte Wirtschaftsweise. Und bevor ich über das Bruttoinlandsprodukt weiterrede, wollte ich erstmal wieder so ein feines Quiz machen, was das Bruttoinlandsprodukt eigentlich ist oder was es misst. Ich sage jetzt mal so Sachen und ihr könnt dann sagen, ob es das im Bruttoinlandsprodukt mit inbegriffen ist oder nicht. Also, mit Bodenvernehmung nach dem Chemieunfall. Wird das gezählt? Ja. Ja, das wird gezählt. Einen Spaziergang machen? Ne, richtig. Das war die Einfachung. Selbstversorgung mit Äpfeln aus dem Garten? Wird gezählt? Ne, wird nicht gezählt. Ins Kino gehen? Ja. Genau, wird gezählt. Oh, Krankenhausaufenthalt machen. Krankenhausaufenthalt nach einem Autounfall. Ja, wird gezählt. Genau. Den Haushalt machen? Mhm. Normalerweise nicht. Ich sage nicht, ich bezahle jemanden dafür. Und kümmern um Pflegebedürftige. Das ist mir natürlich alles. Genau, wenn ich es privat mache, wenn ja, nein. Wenn ich mich jemanden dafür anstelle, ja. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass das Bruttoinlandsprodukt alles geschlecht ist, sondern dass das Bruttoinlandsprodukt einfach sehr, also sehr verschiedene Sachen misst und einfach kein guter Indikator ist. Also ich finde eigentlich nichts gegen das Kino. Genau. Und, ähm, also die Frage, warum gibt's denn diese Fixieren auf Wirtschaftswachstum immer noch? Und da gibt's verschiedene Akteure, die man unterscheiden kann, die haben alle ein anderes Interesse daran. Also der Staat sagt natürlich erstmal, wenn der Kuchen immer größer wird, dann kann man ihn besser verteilen, ohne, dass man irgendwas umverteilen müsste. Und das ist politisch immer einfacher, als Leuten was wegzunehmen. Dann haben wir natürlich einen technischen Fortschritt, der im Moment eben so aussieht, dass er meistens in die Richtung geht, dass Personal rationalisiert wird, also Arbeitsplätze eingespart werden. Und um das auszugleichen, gibt's dann die Mehrproduktion. Da braucht man auch mehr Wachstum. Und dann, das darf man nicht übersehen, hat das natürlich auch zu tun mit der Verhandlungsmacht. Also wie Deutschland in der Welt auftritt, aber auch vor allem in der EU auftritt, das kann es halt nur wegen dieser Wirtschaftsmacht, die dahinter steht. Das ist der Staat. Dann die Unternehmen, und da würde ich jetzt gar nicht mit den Unternehmern alle gierig und Profitgleich kommen, sondern würde einfach sagen, die Unternehmen müssen halt Profit machen, weil sie investieren müssen, weil sie sonst am Markt nicht bestehen können. Sonst investieren nur ihre Konkurrenten und dann können sie drückte Williger anbieten und dann gehen sie da runter. Jetzt könnte man sagen, wir leben hier in Demokratie, ist ja egal, was der Staat oder die Unternehmen wollen, was die Bürger wollen, ist ja entscheidend, BürgerInnen. Und da gibt's aber immer noch den Glauben, dass das Wirtschaftswachstum halt irgendwie dazu führt, dass unsere Bedürfnisse besser befriedigt werden. Die letzte Frage, funktioniert das? Und Sie finden mal eine Abbildung dieser Abfragen, wie glücklich sind sie oder wie lebenszufrieden sind sie, das ist natürlich auch logisch nicht ganz einfach, aber es gibt eine Umfrage vom DIW und die zeigt halt, es geht ziemlich unter drauf und es gibt auf jeden Fall keine Korrelation mit dem Wirtschaftswachstum. Finde ich auch nicht so verwunderlich, weil so ein materieller Grundbedarf, den man bekommt, wenn die Wirtschaft wächst, wenn man mehr Geld hat und mehr Gehalt hat, das ist natürlich eine Sache, aber es gibt halt auch andere menschliche Bedürfnisse. Und Max Neff und andere haben das 1992 mal definiert und gesagt, wir sagen jetzt mal, es gibt diese neuen menschlichen Bedürfnisse, es gibt diesen materiellen Grundbedarf, es gibt auch das Bedürfnis nach Partizipation, nach Zuneigung, nach Freiheit, nach Verstehen, nach Kreativität, nach Muße, nach Identität und nach Schutz. Und da würde ich sagen, ja, da wirtschaften wir aber nicht gut. Also unsere Wirtschaft jetzt mit ihrer 40-Stunden-Woche und einer Entgrenzung der Arbeit, dass sie immer mehr erreichbar sein muss und effizibler arbeiten muss, das geht doch sehr auf die Muße, die der Mensch hat. Dann haben wir Thema Partizipation. Es gibt immer wieder Momente, wo dann Politiker auch sagen, wir müssen uns schnell entscheiden, um die Märkte zu beruhigen, weil die Finanzkrise war eine ganz große Sache, wie dann auch so eigentlich demokratische Institutionen ausgehebelt wurden. Und wir haben auch in Unternehmen eigentlich überall Hierarchien. Also wer kann schon in seinem Unternehmen mitentscheiden, das sind ja die wenigsten. Und da wird auch immer gesagt, es geht halt nicht, wir brauchen diese Hierarchie, um schnell und effizient arbeiten zu können. Dann haben wir natürlich fast, also die allermeisten Menschen sind abhängig von ihrer Lohnarbeit, sind also quasi viel weniger frei, als sie sein könnten. Und wir haben Abbau von Sozialsystemen immer unter dem Vorwand mit Vorfahrt für die Wirtschaft. Und wir haben eine starke Spezialisierung aber auf dem Arbeitsmarkt, was wir finden völlig ist für die Kreativität. Wir haben großen Fokus auf den Sektor, der quasi im Provinnersblut auch gemessen wird, oder der quasi auch all diese Vorteile bringt, die ich auf der vorherigen Folie hatte. Und dann gibt es aber einen ganz großen Bereich, der eigentlich erst unser Existieren ermöglicht. Und das ist der Sorgearbeitsbereich. Und dazu gezählt halt Hausarbeit, sich um Kinder kümmern, sich um Kranke kümmern, sich um Altenmärkte kümmern. Und das ist ein Bereich, der sehr stark marginalisiert wird in unserer Gesellschaft, wo dann auch Leute arbeiten, die strukturell diskriminiert werden. Einerseits Frauen, aber auch Migrantinnen. Und dann haben wir eine wachsende Ungleichheit, die wir anscheinend auch mehr oder weniger akzeptieren, weil wir auch sagen, wir würden jetzt nicht eine Reitensteuer einführen oder eine große Erbschaftssteuer, weil dann gehen die reichen Leute mit ihren Arbeitsplätzen in ein anderes Land oder wo kommen. Und das führt mich dazu, dass erstmal die Leute sehr viel weniger, sehr unterschiedlich partizipieren können. Also ich nehme an, dieser ganze Raum hat weniger Einfluss auf die deutsche Kommunikation, wie jetzt der Chef von VW. Und gleichzeitig ist es auch so, dass manche Leute in Deutschland einmal nicht mehr diesen Grundbedarf oder haben zumindest nicht, können sich den Grundbedarf nicht leisten, um an dieser Gesellschaft teilzunehmen. Ja und schließlich natürlich haben wir eine Umweltzerstörung und die schafft natürlich auch, mit der resistieren wir auch den Grundbedarf nicht so sehr in unserem Land, aber in anderen Ländern. Also was deutsche Unternehmen auch gerade im globalen Süden anstellen, aber natürlich auch Unternehmen von USA und sonst woher, um wieder Lebensräume zerstört werden, das geht halt dann sehr darauf hin, dass diese Leute da nicht mehr leben können. Ja und jetzt wieder mal mein Zwischenfazit wäre, dass dieses Grunde Inhaltsprodukt wäre, ist bestenfalls direkt nur bedingt zur Befriedigung unserer Bedürfnisse bei. Und ich würde es eigentlich lieber härter formulieren, das steht eigentlich der Erfüllung vieler unserer Menschen die dürfen uns entgegen dieses Streben nach Wirtschaftskraft tun. Und umgekehrt kann man dann sagen, die Schrumpfung führt nicht zwangsweise zu weniger Lebenszufriedenheit. Da muss man aber aufpassen, das geht natürlich nicht generell, das geht nur im Rahmen einer geplanten sozial-ökonomischen Transformation. Also nicht Austerität und nicht Rezession, sondern gestalteter Prozess. Und hin zu einer bedürfnisorientierten Wirtschaft und Gesellschaft. Und da würde ich gleich etwas dazu erzählen, was es da schon für andere gibt. Aber jetzt brauchen wir noch etwas Fragen zu lassen. Gut. Max? 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 Nee. Ich weiß auch nicht, ich habe das mal angeschaut, aber ich bin selber auch nur Umweltwissenschaftler. Aber es wird viel zitiert. Aber es gibt natürlich auch, also ich meine, kann sich auch jeder etwas eigenes ausdenken, was jetzt so die Menschen wie sie sind. Aber ich will trotzdem sagen, es ist mehr als ein Dach über dem Kopf und Nah und Mitteln. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Alternativen, die können wir jetzt anders sehen. Ich habe so fünf Bereiche, fünf alternative Ansätze. Das ist die Gemeinwohldökonomie, das ist die solidarische Ökonomie, Commons, Burger Beer und Frostbuckstum, Diglow. Ich will jetzt über die dicke Truppen etwas erzählen und die anderen nicht, weil das wird jetzt noch länger. Zum Teil sind es so einfach so praktische Wege, schon jetzt etwas anderes zu machen. Zum Teil sind es auch wichtige Ansätze einfach so von dem, was sie quasi als Gedankengrundlage haben. Fangen wir mal an mit der Gemeinwohlökonomie. Kennt jemand die Gemeinwohlökonomie? Hier? Das ist so sechs Jahre alt etwa und die Hauptidee ist, dass die Unternehmen heutzutage alle ihre Wirtschaften an Profit und an Gewinn ausrichten und dass sie es in Zukunft aber einfach ihre Wirtschaften an Gemeinwohl ausrichten sollen. Und umgesetzt wird es dann mit so einer Gemeinwohlbilanz. Das ist eine Matrix und die sieht ungefähr so aus. Da haben wir auf der x-Achse verschiedene Werte. Also Menschenwürde, Solidarität und Gewerksfreiheit, Ökologie, Transparenz und Mitentscheidung. Und auf der y-Achse haben wir verschiedene Stakeholder oder Berührungsgruppen. Also Lieferanten, Eigentümer, Mitarbeitende, Kundinnen, Strategiesumfeld. Und dann gibt es für jeden diese Felder. Da gibt es dann eine Bewertung und eine Note. Zum Beispiel Kundinnen und Mitunternehmen und Transparenz. Gibt es eine Drucktransparenz für die Kundinnen? Wissen die, woher die Produkte kommen und wie die hergestellt werden? Oder Ökologie und Lieferanten sind die Zulieferer eigentlich auch ökologisch direkt, indem wir sie produzieren. Und das ist so ein Anlass, der in der Praxis schon ganz gut nach vorne geht. Also die Leute können, die Unternehmen können sich dann damit ausweisen und damit werben auch. Die verschiedenen Stakeholdern. Und das machen schon Überzeugungsunternehmen. Und nicht nur so kleine, komische, sondern auch die Spardaer Bank München. Die Diakonie Deutschland, Bioland, Taz, VD. Und dann haben wir jetzt auch schon einige Gemeinden angefangen, eine Gemeindexilienz zu bestellen. Das ist ein Ansatz. Das zweite ist... Ja? Sind da nicht die Ziele relativ subjektiv? Also ich sag mal, diese ganzen Ziele sind ja in vielen Unternehmensphilosophien irgendwo auch ein Leiden. Und trotzdem in der Welt geht nach jeder Ebene. Genau, also naja, manche dieser Unternehmen haben, glaube ich, wirklich, als Ziel genommen, ihre Gemeindexilienz zu verbessern und profitieren. Ich meine, das ist großartig. Ja. Also, das heißt, die Goldsteuer kommen oder ähnlich. Und alle für Gemeindexilienz in ihren Unternehmenszielen sind oder? Ja. Also es läuft ja dann meistens unser Corporate Social Responsibility oder so. Da würde ich sagen, das ist halt deutlich schärfer als Corporate Social Responsibility, weil es da herzbar ist. Also wenn jemand eine gute Gemeindexilienz hat, dann würde ich sagen, okay, da scheint jetzt interessant zu sein. Und was die Unternehmen selber in ihre CSA-Dinger steigen, dann würde ich sagen, das trägt ja ab. Da fickt man halt die Sachen raus, bei denen man gut ist und bei denen man schlecht ist, die lässt man fallen. Wer füllt denn diese Bewertung? Das kann das Unternehmen selber machen, mit Standards, oder es gibt aber auch Leute, die das quasi beruflich machen. Wer war noch was? Das ist ja die Welt gefallen, aber wir wissen noch, dass sie mir immer kommt, dass sie mir immer ins zu tun ist, wenn man ein bisschen isst, oder auch lieber, dass sie sich das halt selber auswählen will. Ich glaube, sie können es selber machen, aber es ist ein Standards zu machen. Dann kommen wir zu Commons Bewegung. Commons bedeutet soviel wie gemeinsam hergestellte, gepflegte und genutzte Produkte und Ressourcen. Das ist eigentlich ein relativ altes Konzept. In Deutschland wirkte es auch lange unter dem Begriff Allmende. Da ging es aber dann um Landflächennetzes. Und es war dann oft so, dass man eine Wiese hatte im Dorf und die wurde dann von mehreren Leuten gleichzeitig gewirtschaftet und es gab nicht so eine klare Eigenschaftsverhältnisse. In der letzten Zeit oder in den letzten Jahren hat es sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es jetzt auch viele digitale Commons gibt, zum Beispiel Wikipedia oder freie Software. Hier sind mal zwei Beispiele. Das ist so ein jahrhundertaltes Bewässerungssystem in der Schweiz, das gemeinschaftlich genutzt wurde. Oder dieses Creative Commons Logo. Wenn das irgendwie drauf ist, dann ist es quasi ein Commons. Und was die Bewegung ausmacht, es geht ja nicht nur darum, so gute Regeln zu finden, wie man mit gemeinsamen und kollektiven Eigentum umgehen kann. Also das gibt es auch. Und da gibt es auch gute Erkenntnisse. Es gibt ja diese Idee des Strategy of the Commons, dass wenn irgendwas allen zur Verfügung steht, dann wird es zu Tode ausgebeutet. Und die sagen, nee, das stimmt nicht. Es gibt ganz viele Beispiele in der Menschheitsgeschichte, wo das funktioniert hat. Und wenn es geknötet hat, dann hat immer das und das und das und das. Und das war richtig. Ja, um was es aber auch geht, ist in unserem Punkt mit der Exklusionsdrücke, das Eigentum. Da wird sehr viel dieser Umstieg aufgemacht zwischen Eigentum und Besitz. Die sagen halt, Eigentum ist, wenn ich etwas veräußern kann, also wenn ich es verkaufen kann und wenn ich auch Leute davon ausschließen kann. Und Besitz ist, wenn ich es selber nutze, und mich auch darum kümmere. Also wenn ich meine Wohnung miete, dann besitze ich diese Wohnung, aber ich bin nicht der Eigentümer. Und die sagen, die Leute, die etwas besitzen, die sollen darüber entscheiden. Und nicht die dieses Eigentum daran haben. Und die kritisieren dann auch dieses ganze Konzept des Äquivalenttauschs. Also unsere ganze Gesellschaft, die darauf aufbaut, aufgebaut ist wie, ich gebe dir irgendwas und ich gebe dir was für was zurück. Da gibt es diese schöne Geschichte in der Volksgeschacht, die erzählt, dass das halt quasi wie automatisch sich ergeben hat. Ja, es gab am Anfang den Schuhmacher, der hatte Schuhe, und dann gab es den Bäcker, der hatte Brot, und dann haben die getauscht. Weil der eine wollte Brot, der andere wollte Schuhe, und dann hat es toll funktioniert. Irgendwann wurde es aber kompliziert, weil der Brotmacher wollte noch Schuhe, aber der Schuhmacher hatte genug Brot, und dann mussten sie eine dritte Person finden, und das war dann der Seifenhersteller, und der wollte aber Brot und konnte Schuhe abgeben. Und es wird ganz kompliziert. Und so lief das dann so erzählt in Volksgeschacht. Und dann haben die Leute gemerkt, ah, das ist ja blöd, wir brauchen Geld. Wir müssen Geld erfinden. Und da sagen halt auch die Kommensleute sagen, nee, das ist Quatsch. Es gibt eigentlich keine Gesellschaft, bei der man das so nachempfinden kann, dass es so passiert ist. Das heißt, es war viel komplexer, und es müsste viel mehr dafür getan werden, dass es so ein Geldsystem etabliert hat. Es ist nichts, was natürlicher gibt. Was viel natürlicher ist, ist so eine Beitragsökonomie, dass ich quasi für mich wirtschafte. Ich zum Beispiel als Bauer, baue ich meine Kartoffeln an, dann nehme ich die Kartoffeln, die ich selber brauche, und den Rest gebe ich der Gemeinschaft, und quasi den Gemeinschaftstopp, und bekomme auch von diesem Gemeinschaftstopp. Und die sagen halt, das ist halt ein Ansatz bei Kommens, zu sagen, wir müssen da hinkommen, und weg von dem Gequellenstraum. Drittens, von Gehirn, bitte. Das ist jetzt ein Ansatz, der kommt nicht aus dem globalen Norden, sondern aus Südamerika. Das heißt, das gutes Leben vor wir hier, hat seinen Ursprung in den Anden- und Amazonasregionen. Und da geht es um schon lange existente Werte und Praktiken aus marginalisierten, ausgegrenzten und zum Teil auch von zerstörten Gemeinschaften. Und es ist einerseits eine soziale Bewegung im globalen Süden, eine sehr starke soziale Bewegung sogar, und andererseits ist es aber auch schon so zum Teil in den Fassern aufgenommen worden, in Ecuador und wo gibt es dann so, dass da drin steht, es gibt Rechte, die bestimmte Güter in der Natur oder bestimmte Sachen in der Natur haben Rechte. Und was ich da am spannendsten finde, oder was ich da sehr spannend finde, ist, dass sie sich in den Entwicklungsbegriff sehr stark kritisieren. Die sagen halt, wir müssen auch unsere Gedanken dekolonialisieren. Und diesen Entwicklungsbegriff, den haben wir halt alle so stark verinnerlicht, dass wir sagen, okay, Entwicklung ist irgendwas Positives, und wir wissen aber eigentlich gar nicht so genau, was jetzt Entwicklung heißt. Wenn ich jetzt sagen würde, Land A ist weiterentwickelt als Land B, dann würden wir sagen, ja, das ist irgendwie höher, schneller, weiter, mehr, dieses Land. Und dann ist es halt hochentwickelt, und wenn es halt langsamer, weniger ist, dann ist es unterentwickelt. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine völlig blöde Skala, das ist eigentlich nur eine Rechtfertigung für Ausbeutung und für Einflussnahme. Aber wenn ich sage, diese Gesellschaft ist unterentwickelt, dann kann ich eben auch sagen, dann kann ich die ausbeuten, kann sagen, die ist halt weniger wert, deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich sie ausbeute. Oder ich kann dahin gehen und sagen, die ist weniger entwickelt, ich weiß aber, wie es besser geht, und kann denen fortschreiben, wie sie es entwickelt haben. Und das ist etwas, was wir immer noch sehen auf der ganzen Welt, dass dieser Entwicklungsbegriff total immer noch genauso genutzt wird. Und wer sich dafür mehr interessiert, für so eine Entwicklungskritik, dem lege ich sehr zu Herzen das Buch, das Ende der Megamaschine von Thadion Scheidler, wo er so 3000 Jahre Menschheitsgeschichte durchgeht und sagt, und das aus der Sicht der Verlierer erzählt. Und dann zum Beispiel da steht, was war die Kehrseite der Aufklärung in Europa? So eine extreme Ressourcen-Ausbeutung unter ganz schlimmen Umständen im globalen Süden. Ja, und von diesem linearen Entwicklungsbegriff, da würde sich vor wie wir lösen, würde sagen, es gibt eigentlich nicht so eine Richtung, und alles, was dem Leben zuträgt, das ist wichtig, und alles, was dem entgegensteht, das ist unwichtig. Ja, jetzt diese ganzen verschiedenen Bewegungen, was tragen die bei, was liefern die für Antworten? Die Gemeinwohlökonomie gibt Antworten auf die Frage, nach welchen Indikatoren richten wir unsere Wirtschaft aus? Die solidarische Ökonomie fragt, wie demokratisch und inklusive wirtschaften wir? Die Comments-Bewegung fragt, wie können wir uns von der Eigentumsluge lösen, und wie können wir auch mit kollektivem Eigentum umgehen? Pro Revier fragt, wie wird eigentlich die Wirtschaft global gerecht, und wie können wir uns von dem Entwicklungsmodell lösen? Und Postwachstum fragt, wie können wir eigentlich besser leben ohne Wachstum? Also wie kann das Wachstum in Deutschland aufhören, ohne dass die Sozialsysteme zusammenbrechen? Das ist der dritte Punkt. Gibt es Fragen? Ja? Eins, zwei, drei. Ich habe doch mal eine Frage zur Gemeinwohlökonomie. Was ist denn da der Anreiz für die Unternehmen, das zu tun? Weil ich finde die Idee an sich schön, ja, den Anreiz des Gewinns gegen den des Gemeinwohls auszutauschen, aber ich glaube nicht, dass die Unternehmen jetzt irgendwie wohltätig im Grunde sind. Also irgendwas muss ja für die dabei rausspringen, außer Publicity. Also was springt für die bei diesem Gedanken irgendwie raus? Warum sollten die auch Gemeinwohlökonomie umstellen? Also ich glaube, da sind schon Unternehmen dabei, die einfach sagen, wir wollen ein gutes Unternehmen sein. Und einfach so. Also ich glaube dann wirklich Unternehmen dabei, VOD zum Beispiel, die wirklich so, das so aus, wie sagt man da, ideologischen Gründen machen. Oft sind es natürlich auch Unternehmen, die vielleicht damit werben wollen, oder die auch, und natürlich gibt es auch oft auch Unternehmen, die es irgendwie leisten können, die halt nicht unter einem harten Preiskampf stehen und die deswegen das machen können. Und dann finde ich halt immer, aber es gibt auch Beispiele, also wenn man ja Premium-Cola kennt, aber das ist so ein sozial-ökonomisches Unternehmen, würde ich sagen, was halt trotz, was es halt schafft, trotzdem eine relativ günstige Cola anzubieten, weil es eben auf Werbung verzichtet, oder auf andere Sachen verzichtet. Also es sind so... Es gibt so mal ein Faktum, wo man sagt, ja okay, so viel teurer Produkte sind, da wäre es ja auch mit Wohlen, wenn es nicht sozial-ökonomisch hergestellt wäre, aber es gibt auch eine kleinere Sache. Aber ich glaube, es sind meistens ideologische Gründe, weil wenn nicht, dann würde man sich... Es gibt einfachere Wege für ein grünes Image. Ja? Und vielleicht zu dem Siegwirr, also dem vierten Beispiel, so wie man jetzt im Endeffekt, ganz kurz ein Beispiel im Moment, also in die Diskurs, und alles, was man sich vorstellen kann. Ja, Dikuswirr hat eine Bewegung, die zum Teil wissenschaftlich ist, also in eine wissenschaftliche Richtung ist, aber natürlich auch so eine soziale Bewegung, und da geht es sehr stark darum, dieses Wachstum, die Wachstumsfizierung in Frage zu stellen, und dann aber gleichzeitig auch zu fragen, was steht denn dann im Zentrum, wenn nicht das Wachstum, und dann ist dieselbe Antwort, die ich auch schon gegeben habe, dann steht da das gute Leben im Zentrum, und da geht es darum, wie können wir eigentlich Wachstum unabhängiger wirtschaften, und wenn es da mehr, wenn du mehr Infos willst, gibt es eine Seite, die heißt, www.degrowth.info, und da gibt es eine Mediathek und Technik dazu. Es gibt noch eine sehr gute Froschüre von der RS, die heißt, Kein Wachstum ist auch keine Lösung, also mit Klammer und das eine klein, die fasst das sehr gut zusammen. Du sprichst die ganze Zeit vom Wachstum. Ja. Mich würde mal interessieren, wie in diese gesamte Formel, in der Wohlstand der Bevölkerung eines, oder einer Gemeinschaft, einspielt, die nach den jeweiligen Konzepten, die du uns vorgestellt hast, ja. Meinst du inwiefern die, inwiefern es denen besser geht, oder geht ab? Weil, ich bin, da bin ich vielleicht ein bisschen sehr altkapitalistisch angehofft, für mich heißt Wachstum und Entwicklung auch immer irgendwo, dass es den Leuten, mit denen ich diesen Handel treibe, am Ende des Handels besser geht, und mehr Wohlstand entsteht. Ja, das würde ich dann stark in Frage stellen, wenn man sich so die Geschichte des Handels in dem globalen Süden anguckt, dann würde ich sagen, der hat eigentlich nie von publiziert. Ich würde auch sagen, wir haben eine extrem gleiche Unverteilung in der Welt, und obwohl wir die ganze Zeit diesen Handel haben, es gibt auch Zahlen zu Armut, dass die absolute Armut, also quasi die... Die absolute Armut hat sich in den letzten 10 Jahren agiert. Genau. Absolute Armut und absolute Hungertode sind zurückgegangen, aber Hunger an sich und Armut relativ gesehen ist gespielt. Also ich würde sagen, die Marktwirtschaft macht das, was sie braucht, um nicht komplett menschenfeindlich zu sein, aber nicht mehr. Und sonst hat sie kein Problem damit, dass extrem unterteilt wird. Das ist aber sehr, sehr grob gefasst. Ja, das magst du eigentlich. Ja, ja. Darf ich halt immer einen Punkt gefragt? Ja, klar. Ich möchte mal so sagen, in den letzten 10 Jahren, nach dem großen Zusammenbruch der sozialistischen Systeme, haben wir ein Wohlstandswachstum in diesen ehemaligen Republiken gesehen, der, ja ich sag mal so, rekordmäßig ist. Also ich glaube, wir kommen jetzt sehr schnell in die Debatte, wird die Welt immer besser oder immer schlechter? Ich glaube, sie ist ein bisschen pessimistischer, aber ich kenne auch Leute, die sagen, nee, ich glaub doch, alles gut oder wird besser. Und ich glaube, das ist vielleicht das, ein kurzes Unterschied zwischen unseren Auffassungen. Okay. Ich wollte nochmal klar herausstellen, dass ich glaube, wir stoßen ja genau an den Punkt, wo sich diese verschiedenen Ideen unterscheiden, nämlich, was ist Wohlstand? Und zu sagen, Wohlstand ist Wachstum, ist eben eine relativ eindimensionale Sichtweise, die wir in den letzten Jahren, aber ohne groß drüber nachzudenken, ja fast global angenommen haben. Und das ist trotzdem der Frage, ist ja eben genau die spannende Geschichte. Es gibt doch jetzt auch andere Ziele, sogenannte Entwicklungsziele, sogenannte nachhaltige Entwicklungsziele, die die Idee haben, dass es Menschen insgesamt weltweit nachhaltig zukünftig unter siebsten Zielen besser gehen. Leidergottes spielen die in der deutschen Politik keine große Rolle. Aber vom Maßstab her, gibt es doch Diskussionen darüber, dass das Brutto-Sozialberuf nicht das Maß aller Dinge ist? Ja, also es gibt da sehr viel Pro dazu, würde ich sagen. Also es gibt ja, in Deutschland gab es auch schon eine Unketts-Kommission dazu, die auch zum Schluss gekommen ist, Wirtschaftswachstum ist kein Ziel, sondern allenfalls ein Mittel. Aber das hat sich halt in der Tagespolitik überhaupt nicht durchgesetzt. Und diese SDGs, den Sustainable Development Goals, die haben auch das Ziel Wirtschaftswachstum drinnen tatsächlich. Ein Tiefstein darauf sind auch viele Ziele dabei, die es fortbeschreiben würde. Ich glaube, für mich ist das Problem bei denen eher noch, dass es immer noch so sehr so ein Tenor ist, wie den Leuten im globalen Süden geht es schlecht und jetzt müssen wir Möglichkeiten finden, denen zu helfen. Oder so. Und ich würde sagen, denen geht es schlecht, weil die ungerecht behandelt werden und es liegt an der globalen Norden, dass es sich verändern wird. Also jetzt siehst du es schon besser, als die Millennium Development Goals, aber ich finde es immer noch sehr, sehr entwicklungsdenklich. Da ist ja meist dasselbe Denken nach und vor. Ja. Da ist zum Teil sowas drinnen, von wegen natürlich muss sich auch der globalen Norden entwickeln. Das ist zumindest mein neuer Gedanke, aber es könnte noch mehr an sich kommen. Genau. So, ein schwarzes T-Shirt oder ein schwarzes Brunnen? Ne? Ja. Es war erst in den letzten Tagen viele von den Klimasienbieten für Europa oder auch von den Klimasienbieten geredet. Weil ja schon, soweit ich das verstanden habe, die Idee ist, dass man ja Wirtschaftswachstum in einer Klimasienkonomie verhalten kann. Ja, genau. Das ist gerade ja auch die Kernthilfe von Ditos. Es gibt diese Entkoppelung nicht. Also wir können nicht eine wachsende Wirtschaft haben. Und gleichzeitig gehen diese Umwelteinflüsse zurück, die Emissionen runter und so. Da würde ich auch sagen, das zeigt die Empfehlung. Natürlich sind in Deutschland die Emissionen gesunken, aber natürlich nicht in dem Maße, wir sagen, ich hätte denken sollen. Und dann haben wir halt auch eine große Verlagerung von Emissionen und solche Dinge. Also ich glaube, es ist eine gewisse Entkoppelung möglich, aber nicht in dem Maße, um diese Ziele zu erfüllen. Und das hat irgendwann sein Ende. Und da würde ich auch sagen, warum soll man es entkoppeln, wenn das eine gar nicht mehr strengenswert ist. Das, was du doch vorgestellt hast an der Formel, hat doch quasi als Ausgangspunkt gesagt, die Emissionen, die ich zur Energieerzeugung verbrauche. Die sind doch quasi das, was dann bis den CO2 verbrauchte, bis X erzeugt. Und das hieße doch aber, wenn es schafft wird, Energie ohne Emissionen zu erzeugen, dass dann quasi eben das WP unabhängig von Emissionen wäre. Ich meine, ich glaube nicht, dass es erreichbar ist, weil auch um Windfahrt zu erzeugen oder um auch Solaranlagen zu bauen, auch das sozusagen verbraucht in gewisser Maßen Emissionen. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das je nachdem relativ nah da dran kommt. Weil ich werde auch fragen, haben so viel Energie, wie die 7 Milliarden Menschen irgendwie für Smartphones oder so brauchen. Ob man da wirklich noch sozusagen mit wenig Luftemissionen, Dollar und so weiter bauen kann, ist, glaube ich, dann eben nachdem auch praktisch. Aber zumindest, glaube ich, diese Kopplung lässt sich halt schon ein Stück weit auflösen. Wenn man sagt, man macht halt ganz, ganz viel erneuerbare Energien und schafft halt auch irgendwie 300, 400 Kohlekraftwerke alleine in Indien oder so in den nächsten Jahrzehnten dazu ersetzen. Und dass sich davon halt auch Geld übergibt. Weil Indien selber hat das Geld ja nicht. Das sind also die Szenarien, die auch der IPCC dann genannt werden. Die Szenarien, in denen dann extrem krass die Erneuerbaren hochgefahren werden. Oder auch zum Teil noch die Atomkraft. Aber dann natürlich auch so negative Emissionstechniken da reinkommen. Und da würde ich auch sagen, ja, das hat alles seine Kosten. Also wenn wir unsere Energieverbrauch nicht verringern und dann jetzt alles durch elektrifizieren, also so im Wärmebereich, im Verkehrsbereich und dann diese ganzen Energien mit Erneuerbaren herstellen müssen, dann hat das auch Umweltfreude. Und da bin ich halt so ein bisschen skeptisch und würde sagen, ich glaube, es wäre vernünftiger, wenn wir erstmal unsere Energieverbrauch dadurch verringern, dass wir alle diese Energie konsumieren und auch Strukturen schaffen, die das ermöglichen. Es geht nicht um Individuum. Es geht darum, ein System zu schaffen, was quasi einen anderen Konsum auch erzeugt. Ich würde mal weitermachen, weil... Ja, dann kommen wir zum letzten Punkt. Wie kommen wir jetzt zu einer sozial-ökologischen Transformation? Oder zur Frage auch, wie funktioniert eigentlich gesellschaftlicher Wandel? Und ich erzähle das gerne, weil oft so, wenn wir Vorträge halten, dann herrscht so die Meinung vor, man wählt irgendeinen Politiker oder eine Partei und dann entscheiden die und so kommt Wandel in die Welt. Und dann würde ich sagen, das ist schon ein bisschen komplexer. Und das ist mal so ein Modell. Das sind in den Kreisen die Akteure, die quasi den Wandel anstoßen können. Und dann gibt es noch so Ereignisse drumherum oder kulturelle Veränderungen. Ich würde das mal so, um das plastisch zu machen, anhand des Atomausstiegs einmal durchgehen. Die einfache Erzählung des Atomausstiegs ist, es gab einen Ausstieg in Deutschland, dann gab es eine Laufzeitverlängerung, dann gab es Fukushima und dann gab es den zweiten Ausstieg. Und etwas komplexer, aber natürlich immer noch sehr grob, würde ich sagen, wir haben schon sehr früh in Deutschland, das hat eigentlich an Flüssen angefangen, Leute, die erneuerbaren Energien gebastelt haben, sowohl Photovoltaik als auch Windenergie. Wir haben dann sehr früh Proteste gegen Atomkraft und gegen Wiederaufbreitungsanlagen in Wackersdorf, aber auch im Wendland, also so eine Wendland zu einer Kultur, die auch immer stärker wurde. Dann ist Tschernobyl passiert, der Gaw in Tschernobyl. Dann haben wir eine grüne Partei, die in die Politik geht, die versucht, das zu verändern. Wir haben auch das Energieeinspeisegesetz, später erneuerbare Energien gesetzt, was dazu führt, dass wir auf einmal einen Ausbau von erneuerbaren Energien haben. Und wir haben auch so eine kulturelle Veränderung, dass man nicht mehr von Ökospinnern redet, sondern dass auf einmal so etwas wie Mülltrennen Alltag ist oder dass allen klar ist, Fliegen ist schlecht wie die Umwelt. Also das ist ökologisches Bewusstsein, was sich in der Gesellschaft widsetzt. Und wir haben eine Wissenschaft, die sagt, wir können aus der Atomkraft aussteigen, ohne dass die Lichter ausgehen. Und wir haben auch Medien, die seit dem Anfang viel von diesen Hippies geredet haben, die über Gravall-Hippies geredet haben und irgendwann nochmal sagen, nee, das sind Proteste, die werden auch von Familien geführt und die sind dabei und das ist legitim. Und jetzt, mit all diesen Sachen, die waren quasi bereit und dann ist auch noch für Klima passiert und vor dem Hintergrund hat dann die Bundesregierung gesagt, wir steigen doch aus. Frau Merkel, nicht die Bundeswehr? Ja, Frau Merkel, ja, kann man auch so sehen. Aber die hat ja auch irgendwelche physische Kulturen dabei gehabt. Ja, also man kann auch zynisch sagen, es gibt vielleicht auch zynische, die sagen, es war nur Fukushima, aber dann würde ich sagen, naja, Frankreich ist auch nicht ausgespielt. So, und wenn man jetzt an dieses Modell glaubt und sagt, ich würde eigentlich sagen, der Wandel soll von überall kommen, das ist ja auch nicht voll ergiebig, da fehlen z.B. Künstlerinnen oder Eltern oder Lehrerinnen oder was geht da auch. Und ich glaube, es kommt von überall kaum so ein Wandel. Und wir sagen dann gerne, es gibt so fünf Handlungsebenen für jeden. Natürlich können wir alle Besuch nachhaltiger konsumieren, aber es hat natürlich seine Grenzen. Und wenn ich z.B. mit dem Auto zu arbeiten muss, weil der ÖV schlecht ist, dann fang ich da wenig attraktiv. Überhaupt, wenn ich eine Arbeit machen muss, die vielleicht nicht gut ist für die Umwelt, aber ich brauche halt den Lohn, dann habe ich da aufwendige Alternativen. Und wenn Biolexmittel immer teurer sind als kommissionelle und mein Budget ist eng und kaum stattfindlich. Also diese Strukturen müssen halt geändert werden und es geht nicht um den privaten Konsum, dass wir verändern müssen. Ja, dann ganz wichtig, so eine persönliche Reflexion, also sich zu überlegen, warum mache ich das eigentlich, was ich mache, oder ist das sinnvoll, was ich mache, auch als Job und will ich eigentlich so weitermachen. Dann Widerstand leisten, natürlich ganz wichtig, gegen politische Entscheidungen, gegen Konzerne, gegen Privatisierung von Infrastruktur, und es ist einerseits natürlich wichtig, um ein Signal zu setzen, aber ich glaube, es ist auch wichtig für die Personen. Also ich glaube, man geht halt durch dieses Leben und die ganze Zeit passieren Sachen, die einem nicht gefallen. Und dann gibt es halt diese Momente, wo man Widerstand leisten kann, wo man zufrieden hat, ich habe jetzt etwas gemacht, um meinen Seelenfrieden etwas herzustellen. Und natürlich sind es auch sehr gemeinschaftsspende Momente. Also wenn jemand mal bei Ende Gelände war oder bei den Kastler-Protesten, also das ist eine klasse Atmosphäre, weil sie erstmal alle positiv und wohlwollend gegenüberstehen, nicht so wie, wenn man die Stadtenfakten würde. Dann natürlich politische Reformen sind wichtig. Wir reden gerne von revolutionäre Realpolitik, also Politik, die eher zu einer Destabilisierung führt, als zu einer Stabilisierung der Verhältnisse. Und so Beispiele wären eine Arbeitszeitverkürzungen, ich würde sagen, beziehungsweise Grundeinkommen, Werbeverbote und auch so eine soziale Steuer- und Finanzreform. Das würde ich sagen, das ist nicht der große Wurf, aber das wäre total wichtig, um Freiräume zu schaffen, die dann mehr Entwicklung erlauben. Und schließlich konkrete Alternativen aufbauen an der Becken, ob es jetzt irgendwie das Ökodorf ist oder die Wohngemeinschaft oder der Umsonstladen oder der Tauschladen oder diese solidarische Landwirtschaftsbetriebe. Es gibt ganz viele Punkte schon, wo man so merkt, wo man spüren kann, ein anderes Wirtschaften ist möglich. Und das ist einerseits wichtig, um es auszuprobieren, amseits wichtig für die Leute, die da hingehen, zu merken, wie es das auch anfängt. Ich zum Beispiel finde, dass Bibliotheken schon eine ganz andere Atmosphäre haben als andere Orte. Ja, damit bin ich durch. Das waren meine vier Punkte. Klimaschutz, Scheinern, Wachstumsdogma. Wir brauchen eine Beschränkung der Wirtschaft und eine Bedürfnisqualität der Wirtschaftsweise. Es gibt dafür schon Ansätze. Es sind viele Fragen schon beantwortet. Und Sie können auf verschiedenen Handlungsebenen dazu beitragen. Und dann bedanke ich Sie für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus